Hallo meine Freunde hier auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem kleinen Shorts von mir. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heute ganz unimprovisiert, ohne groß Vorspann und Abspann. Ich muss heute arbeiten, so auch am 1. und 2. Januar. So ist es nun mal. Ich kann zum Glück den eigentlichen Silvesterabend dann zu Hause verbringen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mich auch noch in diesem Jahr sozusagen abmelden. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Ich werde den Silvesterabend bekanntlich mit einer Zigarre verbringen, mit einer schönen La Capitana aus Nicaragua. Und wünsche euch damit einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt mir gesund, alle miteinander. Und wenn euch langweilig ist, noch ein kleines Shoutout in dem Fall. In dem Gesangsverein, in dem ich bin. Die haben jetzt auch einen YouTube-Kanal. Und da haben wir aufgrund der aktuellen Pandemielage unser Weihnachtskonzert nicht machen können. Und haben da ein paar Aufnahmen gemacht. Unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen logischerweise. Und das ist quasi der Shoutout auf den YouTube-Kanal. Wenn ihr Lust habt, guckt doch da mal vorbei. Würde mich freuen, dass ihr vielleicht auch ein paar Abonnenten noch findet. Und bis dahin melde ich mich ab. Wir sehen uns in 2022 wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.